Ich bin froh, wie der halt einfach weiter rennt. Was sollte das jetzt? Oh, auch jetzt? Ja, Entschuldigung, wenn ich wusste, dass das... Ich bin froh, wie der Sturm. Ja. Okay, jetzt... Ah, nein, 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 nein! Verdammt, das hat nicht funktioniert? Ich musste doch drücken. Ach was? Warum habt ihr jetzt gemerkt, dass wir 10 Kilometer zurück schlau, der Wahnsinn? Danke für die Info, Donald, den Goofy. Warte mal, jetzt gibt's aber hier wieder, wieder Stellen, wo man hin kann, ne? Der Sturmsturm, der Ding ist hier! Ah, Glück gehabt. Haha! Dämlicher Sturm. Nein, warum, warum das steht da noch nicht hinten? Jetzt halt. Ich müsste nicht erwarten, dass das dann so... Hey, Mann! Ich brauch' auch zu lange. So hat er gekackt. Oh! Oh! Boah! Da must! Ja gut, ich brauch' jetzt eh Dinge her. Hopp, Digga, weiter geht's! Alter, du brauchst zu lang! Oder? Schau, er hat uns von der Stürmer beschädigt. Wir können es machen. Okay Leute, der Stürmer ist unten. Gorge, ich hoffe, Anna und Elsa sind okay. Hör auf! Christoph? Anna! Elsa? Anna? Nein! Anna? Was? Okay, jetzt komme ich in die Kampfarena, da gibt es wieder Fight mit dem und dann ist er tot und ich habe überlebt. So kann man natürlich die Gegner aus ausschalten in anderen Spielen. Äh, aus anderen Disney Filmen. Oh, Hans ist ziemlich cool, Mann. Okay, das ist schon wieder doof. Ich weiß nicht, aber wir hätten besser was versuchen. Wo kommt denn jetzt der her? Oh, oh. Hä? Kannst du aber aufhören ständig hier? Nein, nicht wieder! Nein, nicht wieder! Wir sind immer feste drauf hier! Eiskalte Art? Ach du! Kannst du mal hier runter kommen? Alter! Was der abzieht! Äh... Ich könnte vielleicht mal meinen Hammer gerne auspacken. Kannst du mal aufhören jetzt ständig? Beheuer da, unter Hammer! Zäh, jetzt aber! Lass mich die Moma jetzt ein bisschen gehauen Oh Gott Was macht denn jetzt? Das finde ich irgendwie Neku Alter Was wird denn das, als fertig ist? Apokalypse oder was? Äh Frosteinschlag Oh Sehr gut Frosty Also die lassen sich nette Lumpen bei Bosskämpfen mit den Spezialattacken Das war schon eine saugeile Attacke für das bisschen was er Hä? Wo ist das jetzt? Ah fuck Nein Oh Mist das hat nicht gereicht für den Link Oh jetzt kommen die Viecher wieder Ah hör auf Warte mal Mal schauen ob er mit Kuhfiebomben erwischen Oh komm schon Ich dachte jetzt warte ich drauf dass er angreift und dann macht er wieder nichts So ein Hammer auch wieder Ach mei die Dünne so für einfach Wobei hier jetzt eigentlich das Ohhhhh Kommt er mit seinem komischen riesigen Lila Bayheng Erinnere mich vorher am Meteorzauber oder so Wie die alle so komische Augen haben Ah jetzt halt ich muss so viele killen bis ich Frosteinschlag machen kann Oder das Ding mich erwischt Naja solange ich das machen kann ich mir kurz was trinken Mitten im Bosskampf Ich finde es immer noch geil Einfach episch man Wobei ja der Boss an sich schon echt cool ist Der erinnert mich ein bisschen wie der Boss aus Dark Souls Also Bloß vom Style ein bisschen her Aber gut ist es einfach ein Wolf gewesen also Ist es vielleicht ein bisschen zu weit herguckt Oh ja Wutform Jaaa geil man Super Gleiter Kann ich jetzt Gleiter? Jetzt werde ich mir ispun 10 Uhr Möhr 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 Oh nein, Megafrosti. 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 Sag mir, wirst du hier bleiben? Ich kann mich nicht auf die Gefühl, dass diese Wurzeln auf einen anderen Wurzeln habe. Die Destiny Islands. Oh, hast du sie gehört? Ja, sie sind ziemlich herzellig. Ein weiteres Lachen von dieser Wurzeln. Ich bleibe, jemand kommt für mich. Diese Wurzeln sind die Zwischung und Licht. Es sind die Margen des Tag und Nacht. Sie haben dich und ich zusammengebracht. Also, warum nicht auch dich und andere? Ja. Wer ist da? Hm? Du. Wurzeln 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 Wurtstag Wurzel Gute Wenn du hierher palavrasst. Ich denke, dass du gehen sollst. Ein Garten der Licht verloren. Du wirst hier warten. Für den King und seine Fülle. Wo ist deine Keyblade? Ich brauche es nicht. Nicht mehr. Ich gehe. Du bist wunderschön. Schlimm. Ich muss dich nicht verlassen. Was ist das Gefühl? Ich bin so froh, wenn wir die am Ende alle ausradieren. Ja. Ja, Monster. Ich weiß nicht, was lustig ist. Ich habe ja die anderen Spiele gar nicht gespielt. Aber die Aqua finde ich bisher immer noch eigentlich schon von vornherein richtig gut. Ich bin so froh. Hi, Zora. Hi, Chip. Does Merlin need us for something? Ja. Ich denke, es hat etwas zu tun mit einem Buch. Ich habe das Guck gesagt. Tja. Gibst du ein瓶, schaffst du wißt? Ein瓶, woher? Oh nein. Tja. Tja. Aber es sagt, woher nicht. Krista. Du sagst, wie er das gehört vor dir löst? Es ist ein schwerer Wäscherz zu pinnieren. Entweder, eine Message delivered. Tschüss! Oh, jetzt kann man da wieder hin oder was? Du kannst nun einen zweiten Minichab mit auf deine Reise nehmen, Welle aufbrechen? Okay. Hä? Muss ich nur nach Twilight Town? Kampfstätte? Hä? Oh! Nebelfluss, Sternlichtpfad. Ach so! War das vorher auch schon so? Ich hab keine Ahnung. Ähm... Wo wollten wir hin? Twilight Town. Wo war Twilight Town? Das unten ist Herkules, das längste Spielzeugwelt. Ist das da oben Twilight Town? Ach, das soll das Haus mit dem Uhrenturm darstellen. Und auf der anderen Seite der Wald. Und da die Stadt. Was soll das sein? Ach egal. Los geht's. Das alte Herrhaus, ne? Tramforum. Auf geht's. Ach gut, ich brauch gar nicht hinfliegen. Sehr schön. Ach, dann sind in der anderen Welt diese zwei Nebelwelten, die wo da mit Nebel umschlossen sind, sind nur die nächsten zwei Welten, wo man hinkommt. Gut zu wissen. Weil ich mir schon dachte, hä, wo sind die ganzen anderen Welten hin? Die Kingdom Hearts haben schon echt alles vermischt, was nur zu vermischen geht, ey. So. Jetzt müssen wir... Ups. Mal schnell... Kaufen. Kuppermünze. Der Rest ist eigentlich alles in Ordnung. Kampf haben wir, haben wir. Uhr weg, Dings da haben wir. So haben wir alles. Schmieden. Weißt du, das schaut so cool aus. Oder hat's nur vier Angriff, Mann? Und dann heißt's auch nur Pulverschnee. Weißt du, das ist das erste, was halt wirklich mal nach ner Waffe ausschaut. Ein Kaktus. Zeus. Ein Schlüssel. Okay, das schaut auch nur ein bisschen nach ner Waffe aus. Ein Kaktus. Ein Turm. Mit ner Sonne. Ein Eisschwert. Mit ner Zacken dran. Also mit ner Trieflocke. Passt. Ein Kaktus. Mit nem Sheriffstern. Immer noch Zeus. Ist immer noch ein Schlüssel. Hahahaha. Halt, den anderen kann ich eh nicht erweitern. Ok. Mookkarte. Ist hier möglich. Den Kauf exklusive Items. Ja, hau rein. Uh, Elixier. Na toll. Waffen sind immer noch keine da. Feuerreif. Eiseisband. Elfenband. Abwehr gegen Wasser. Wind. Und. Das ist alles das Alte. Ok. Ok. Haben wir alles. Jetzt seh ich erst alle diesen Triforce. Irgendwie hat das mal geschrieben gehabt. Ich dachte mal, hä, wo hat er den Triforce gesehen? Mal versuchen. Was für ne Postkarte. Was war denn das jetzt? Oh. Ist das ne Kugel? Verkaufen die Waffen? Wollen wir unsere neue Gummi-Drucks sehen? Achso. Ach, da kannst Flieger kaufen. Falcon. Ablenk-Entchen. Erhöhe die TP und steige die Feuerkraft. Aber reduziert alle Manövierbarkeit deines Jets. Vogelgumme. Gummi. Gumme. Gumme, ja. Vogelgumme. Ok. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Wo wollten wir hin? Zum Restaurant. Da hockt er ja. Was für ein Spiel. Verdammt. Da muss ich was schauen. Da gibt's irgendeine. Das war's. Das war's. Das war's. Und zum Beispiel. Das war's. Und zum Beispiel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Mhm. Didn't you leave a message for us with Chip and Dale? About the book? Ah, yes. The book. That's right. Behold. Hey, this is... Sure was not on it. Did something happen? Das ist das, was du musst herausfinden, Mann. Okay, ich werde dich in ein bisschen sehen. Take care. Ja, und gute Glück. Da konnte ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass wir mal in Winnie-Poo dabei waren. Gut, dass ich nichts vergesse. 100 Agri-Wood. Ach, der 100 Morgenwald. Ah ja, 100 Jahrewald wollte ich jetzt sagen. Bäh. Oh, Bada. Sink, sink, sink. Sink, sink, sink. Poo-Bear! Mhm. Du bist okay? Oh, hallo da, Sora. Du bist zu Hause. Uh-huh. Good to see you, Poo. And you too, Piglet. Hello. You're not in trouble? But I thought something odd must be going on. Oof. Let me see. I don't remember anything oddish, but perhaps I've forgotten. Sink, sink, sink. Sink, sink, sink. Oh, we've got trouble all right. Oh, Bada. Would that be the rabbit sort of trouble? S-S-Sorry, please continue. Zora! Wow, wer ist das? Es ist okay, er ist mein Freund. Hi, ich bin Zora. Und ich bin Lumpy. Es ist schön, dich zu treffen. Stopp her in Sassafras. Stomp her around a little louder, why don't you? Oh, Gopher, I'm sorry. Ich liebe es, wenn der Boden ist. Ich denke, wenn etwas muss. Speaking of... Oh! 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 Back for some more bouncing, Zora! Tigger! Come on, let's go! You too, Roo! Yippee! Me too, me too! I wanna bounce! Oh yes, it is time for bouncing! Oh! No more! Oh, would-be-posters are welcome! Oh, I remember now. Rabbit's trouble is harvest-related. Well, thank you for remembering my plight, Pooh. Better late than never. Excuse me! Would anyone else care to remember why we're here? Huh? Hmm. As I recall, we came to help you with your garden, Rabbit. After which, perhaps, you'll invite us in for a smackerel or two of honey? Correct. No, no! I mean, we'll see about that, Pooh. Now, the garden, if you please. You can help too, Zora. What? Me too? Tio? Tio? Wer zur Hölle ist der rosa Elefant? Lumpi Der sagt mir halt irgendwie gar nichts Da kommt man auch nicht weiter Aber ich finde, dass die Grafik hier so ein bisschen Büchermäßig ist Was sagt man büchermäßig? Ich weiß jetzt gar nicht Irgendwie lustig Aber Oder? Ja, an der Stelle bedanke mich jetzt erstmal Bei euch fürs Zuschauen und ich beende jetzt mal Die Aufnahmesession hier Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin und Schlagen Warte mal Achso Ahja Was habe ich noch? Dender, Sternschnupp Also nochmal, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in den nächsten Folgen von Kingdom Hearts 3 Wir freuen uns auf jeden Fall noch auf weitere Welten Bin ich noch gespannt Vor allem auf Ne, ich spoil jetzt hier mal Es gibt bestimmt welche, die wohl nichts gesehen haben Oder nichts geschaut haben Gibt es ja genug Und also Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Servus Bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank.